Okay, Plasma-Energie her. Ja, ging ja eigentlich jetzt der Kampf. So, wo hast du denn eigentlich dein Zeug fallen lassen, kleiner Flattermann hier? Du hast doch hier an der Scheibe gehangen, als ich dann ein bisschen mit explosiven Zeug um mich geworfen habe. So, haben wir jetzt noch irgendwas, das sich geöffnet hat vielleicht hier an... Nein, okay. Dann können wir jetzt also wieder zurückgehen. Das ist aber schön. Ja, dann scheinen wir hier soweit alles gesäubert zu haben. Ich will nochmal kurz gucken, ob wir auch nichts zurück... Doch, da war doch noch was. Aha, 900 Credits. Da füttern wir nochmal die Pflanzen ein bisschen. So, dann können wir wieder zurückgehen. War ja nicht eine Speicherstation irgendwo? Hier drüben vielleicht? Ach ja, stimmt, hier ging es in den Aufzug runter. Mann, mach doch nicht sowas. Was soll das? Ich habe mich jetzt auf entspanntes Runterfahren hier vorbereitet. Ach ja, stimmt, hier waren die Dinger, genau. Gut. So, wir gehen mal hier zwischendurch in diese Abteilung. Denn hier gab es eine Werkbank und ich möchte gerne meinen Energieknoten ausgeben. Nehmen ich jetzt endlich mal für den Plasma-Cutter und zwar hier auf den Schaden. So, damit wir wenigstens einmal auf den Plasma-Cutter hier geskillt haben. Und Schaden ist ja richtig gut eigentlich. Zum Beispiel ich den ja ziemlich oft benutze. Hat das eigentlich eine Bewandtnis, dass an diesen Kisten hier was leuchtet? Ne, das ist überall okay. Kann ich auch nicht nehmen, ne? Ne. Gut, dann würde ich sagen, mal wieder zurück zu Hammond oder wohin auch immer wir jetzt gehen. Ja, das war Schlau von mir, ich weiß. So. Schauen wir mal. Hier müsste ja diese Zentralsteuerung geschossen sein, der Shop und der Speicherpunkt. Jipp. So. Wo müssen wir dann lang? Jetzt da drüben. Okay, nochmal dasselbe Spielchen wahrscheinlich. Gehen wir erstmal in den Shop. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas habe. An Schemata oder so. Ne. Oder? Was ist denn das hier unten? Neues Objekt. Kann ich das irgendwie auswählen? Nö. Das ist ja blöd. Ähm, okay. Achso, das soll wahrscheinlich bloß anzeigen, wenn dieses Zeichen irgendwo ist, dass dann das ein neues Objekt ist. Gut, was haben wir? Energieverläser kann man brauchen nicht unbedingt. Ripper Kling brauchen wir nicht unbedingt. Aber den Ripper könnten wir an sich eigentlich mal kaufen. Wir haben 28.000. Oder machen wir das? Ich weiß es nicht. Ich habe ja die eine Waffe eigentlich jetzt nicht großartig benutzt. Da können wir mal die Ripper Klinge eigentlich, oder den Ripper generell, ähm, als Alternativwaffe ausrüsten. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich nicht wieder das falsche verkaufe. Äh, beziehungsweise in den Safe packe. Die Energiekanone, genau. Die möchte ich bitte in den Safe packen. So. Jetzt wieder rüber in den Shop und mal den Ripper gekauft. So, da bin ich ja mal gespannt. Weiß ich nicht. Brauche ich Ripper Klingen? Ne, komm. Passt schon. Werden schon noch welche finden? So, wo haben wir den Ripper denn? Warte mal, habe ich hier eigentlich nachgeladen? Ja, habe ich. Das ist die. Und hier haben wir den... Ah. Ja, das ist doch... Das gefällt mir doch. Das stelle ich mir gut vor. Heben wir uns aber für Größere auf. So, okay. Wir haben die Backbord-Seite sozusagen gesäubert. Und jetzt müssen wir noch an Steuerbord ran. Gab es denn hier irgendwas? Ne, die Tür öffnet sich dann wahrscheinlich erst, wenn wir da... Genau, da wird es bestimmt lang gehen, ne? Steht da was dran da hinten? Ja, da steht was dran. Lass mich raten. Nahrungslager oder so. Nervstofflager, genau. Huch, ich dachte gerade, hier kommt jemand. Okay, auf zur Anbau Kammer Ost. Und mal wieder ein... Text-Log. Bericht aus dem Chemielabor von Professor Jägerwald an Dr. Cross. So, lass uns mal durchlaufen. Okay. Äh, wie konnte ich das denn... Ach, hier. So, mal schnell nach unten gescrollt das Ganze. Kann sich hier da durchlesen. Gut. Dann weiter. Wird wahrscheinlich irgendwie ein warnender Hinweis gewesen sein, dass die Bakterien sich... unkontrolliert vermehren. So, dann können wir nochmal unsere Ripper-Klingmaus testen, würde ich sagen, oder? Hallo, Schätzelein. Aua, du... Oh, ich fass es nicht. So, das Problem ist bloß, jetzt hat es scheiß viel zweifelte Teile hier. Ja, schön, wie du dich zur Seite bewegst. Das ist viel... Scheißdreck. Komm, ach, fick dich! Fick, 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 fick. Sterben die Dinger auch mal? Willst du mich verarschen? Hallo? Sterben! Ich hasse euch! Ähm, ja. Entschuldigung. Ich... lad nochmal. Nö, hab ich jetzt... Nö, hab ich kein Verständnis für. Ich hab gedacht, die Ripper-Klinge räumt jetzt mal ein bisschen auf. Ja, aber so ein Scheiß, nö, vergiss es doch. Also, wirklich. Gut, dann... Das ist natürlich auch blöd, dass man hier nicht mal schnell laden kann oder sowas. Aber, naja, ist halt nicht so vorgesehen eigentlich. Aber, pff, ist mir jetzt auch egal. Also, andere Leute, die spielen dann ja trotzdem weiter, solange sie nicht kurz vorm Krepieren sind. Ist mir jetzt wusst, ich will gut durchkommen. Von daher, muss so eine Scheiße nicht sein. Da ich jetzt weiß, dass die Ripper-Klinge nicht gut funktioniert, benutze ich halt eine ordentliche Waffe und fertig. Oh, fuck, ich hab... Oh, fuck, ich hab nicht ge... Oh, nein! Oh, wirklich? Ich hab nicht gespeichert? Ach du Scheiße. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die ganze Scheiße, die ich jetzt gerade gespielt hab, nochmal nachgespielt hab. Bis gleich! So, da wären wir wieder. Ich hab's soweit wieder nachgespielt. Es lief jetzt mal ein ganzes Stück schlechter, muss ich sagen. Die Monster haben mir viel weniger gegeben. Und auch so bin ich irgendwie... Ein ganzes Stück öfter getroffen wurden irgendwie, hatte ich das Gefühl. Aber nun ja, was soll's? Ist die gerechte Strafe dafür, dass ich so einen Scheiß fabrizierte hab jetzt. Und ich hab's soweit versucht, alles nachzustellen. Also ich hab wieder den Energieknoten für den Plasma Cutter ausgegeben. Hab mir jetzt aber nochmal ein bisschen Muni für den Plasma Cutter gekauft, weil die nämlich alle war jetzt. Dadurch, dass ich halt nix weiter gekriegt hab. Da waren sie jetzt ein bisschen böse mit mir. So, und dann wollen wir's aber diesmal auch... Ich hab diesmal auch wirklich gespeichert vorher. Jetzt will ich aber auch wirklich mal dieses Biest hier beseitigen. So, zack, machen wir das gleich mal so. Erstmal den weg, hoffe ich. Ist der tot? Der ist immer noch nicht tot. Bist du mich verarschen? Man muss doch mal sterben. Jetzt hat er's, oder? Ja. Dann wird ja auch Zeit. So, kannst du mal hier... Ja. Haha, daneben. Du hast du was verloren. Kleines Drecksvieh. Was? Fui. Geh aus mir raus. So. Hier ist zu, da braucht man einen Knoten. Natürlich. Aber da drüben ist noch eine Tür. Ich will jetzt bloß erstmal gucken hier. Verdammtes Drecksvieh. So. Hatte ich nachgeladen. Nee, hatte ich noch nicht nachgeladen. Den habe ich nicht benutzt. Aber den hier, den Strahl. So, jetzt haben wir natürlich ganz schön viel Muni für den breiten Strahl ausgegeben. Ist mir jetzt aber ehrlich gesagt gerade Wurst. Hauptsache dieses blöde Drecksvieh ist jetzt mal beseitigt. Zwei Türen haben wir sogar. So, dann gucken wir erstmal hier vorne. Schon wieder eine Werkbank. Na toll. Was soll ich denn mit den ganzen Werkbänken? So, gucken wir nochmal kurz. Nee, wir haben gar keinen Knoten mehr. Okay. Geht klar. Kein Problem. Ihr seht übrigens auch, meine Stase ist so gut wie aufgebraucht. Die habe ich diesmal benutzt, um bei dieser... Hey, dude. Um bei dieser Lüftungsreinigung durchzukommen. Uah! Mann! So ein Arsch! Ja, schön wieder zumachen, genau. Äh, geht's noch? Hör mal auf, hier abzuspacken. Das will ich gar nicht. Ich will den Typen raushaben. Gottverdammt! Hallo, ich will den Typen! Na geht doch. Ihr soll auf, in die hier rumzuspacken. So, gehen wir mal das her? Na immerhin, wenigstens ein Container ist ja noch zu eröffnen. Mit Strahlmunition. Hups, wollte ich gar nicht. Magst du nachladen? Ach nee, geht nicht. Wir haben mal wieder keine Muni mehr. Das ist aber schön. Beziehungsweise auch nicht so. Steckst du im Boden fest oder bist du bloß so groß? Okay, er steckt im Boden fest. Das ist natürlich gut zu wissen. Ach, er auch. Ich dachte, hier stehen bloß Oberkörper rum. Was ist denn das hier? So eine Unart, einfach im Boden zu verschwinden. Also wirklich. So, mal Ordnung gemacht hier. Hier. Hier steckt alle draußen. Ja, aber hier drüben auch. Was ist das denn? Oh. Das war ein Kopf. Auch bloß Kopf. Na gut, was soll's. Da würde ich sagen, machen wir mal weiter, wa? Jo, natürlich nach oben. Wie hätte es auch anders sein sollen. Ab mit dem Lastenaufzug nach oben. Plasma-Karamanschlag. Hier sieht es aber ganz schön verranzt aus, muss ich sagen. Ganz schön verranzt. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer ausregistriert. Na, das freut mich doch aber. Darf ich jetzt gegen Pflanzen kämpfen, oder wie? Bonjour. Kann man sich... Kann man nicht? Ich trau mich nicht weiterzugehen. Hallo? Ich höre es doch schon. Wehe, du verschließt dich gleich. Ich will einen Fluchtweg haben. So, äh. Was spuckt denn hier die ganze Zeit? So, da drüben. Gefährliche Anomalie registriert. Alter, leck mich doch. Ich hasse euch. Warum? Was denn? Hier ist doch gar nichts. Mach wieder auf. Ist doch alles unbedenklich. Hallo? Oh, geh mal weiter drüben hin. Ja. Nein! Warum? Oh, komm schon. Ja, müll dich zusammen. Ist okay. So. Einmal das. Und schnell weggelaufen. Und ganz schnell weggelaufen. Oh, scheiße. Warum denn? Warum muss das denn sein? Und ich habe keine Stase mehr. Auch Leute, wie ich euch hasse. Gib mal her hier. So. Hallo? Noch da? Oh ja. Da ist er ja. Ey, wie geht's, Kumpel? Wuhu. Wuhu. So. Haben wir nochmal kurz einen Prozess mit unserem Freund hier gemacht. So geht das. Und ein Energieknoten für uns. Du schreckst uns nicht mehr, Arschkrampe. Hä? Meister Dickmops. Okay, das ging ja eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Der hat erstaunlich wenig ausgehalten. Aber wahrscheinlich hat die Strahlmonie am Anfang auch Wirkung gezeigt. So, hier ist nichts mehr. Ich will jetzt wirklich keine Munie vergessen, weil mich das gerade richtig ärgert, dass wir keine Strahlmonie, keine Dingens mehr haben. Und keine Plasma-Katamonie mehr. Treibhaus, Treibhaus. So. Dann räumen wir mal auf. Buh. So Mädchen. Genug rumgefurzt hier. Jetzt ist mal Schluss hier. Was fressst ihr auch so viele Zwiebeln? Ist ja auch kein Wunder, wenn ich mir angucke, wie genetisch manipuliert das Zeug sein muss. Wie groß das wird. Da wundert es mich nicht, dass ihr dann auch solche Blähungen kriegt davon, Leute. Flüster, flüster. Flüster, flüster, flüster. So. Das nehmen wir natürlich alles gerne an uns. Ich freue mich, dass ich wieder Plasma-Katamonie kriege. So, hatte ich gerade hier drüben noch irgendwas gesehen? Ja, genau, das habe ich doch gesucht. Es ist schön zu wissen, dass wir hier unsere Stase hätten aufladen können. Also, die wir, natürlich auch hier haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.